Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich hier die Tesla und die Paypal Aktie für euch dabei. Wir gehen hier auf die aktuellsten News ein, was hier gerade so ein bisschen wichtig ist und was hier los ist bei den beiden Unternehmen. Und dann schauen wir uns dazu natürlich den aktuellen Chart an und gehen hier auf die wichtigsten Unterstützungszonen und auch so ein bisschen auf die wichtigsten Marken hier im Chart ein. Also bleibt auf jeden Fall dabei, wird mega spannend. Ja und bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo dalasst und auch gerne die Glocke aktivieren, um hier kein weiteres Video mehr zu verpassen. Würde mich echt mega freuen an dieser Stelle. Ja und dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Newsflow. Ja und jetzt hier eben angefangen mal mit der Tesla Aktie und hier ist ja wirklich einiges passiert. Das werden wir nachher auch im Chart gemeinsam sehen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob hier diese Cinderella Story vorbei ist und wie es einfach weitergeht. Natürlich hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Die Begründung ist so ein bisschen, glaube ich, auf die höheren Lagerbestände, die Tesla mittlerweile hat. Dann auch die jüngsten Preisnachlässe und auch die gedrosselte Produktion in China. Also das alles hat so ein bisschen belastet, glaube ich, die Aktie. Kurzum gesagt, Tesla dürfte hier mit dem Q4-Zahlenwerk die Erwartungen nicht erfüllen. Also davon geht man zumindest aus und darüber hinaus zeichnet sich auch für nächstes Jahr eine schwächere gesamte Geschäftsentwicklung ab. Also das mal zumindest so laut Prognose. Das gesenkte Preisziel resultiert auch aus den gesenkten Auslieferungsschätzungen für nächstes Jahr. Und man geht hier davon aus, dass man ungefähr 410.000 bis 415.000 Fahrzeuge ausliefern wird. Und das liegt unter der Schätzung von vorher. Die waren so bei 450.000 oder beziehungsweise so 435.000. Das heißt, man kann hier wahrscheinlich deutlich weniger ausliefern. Natürlich muss man das ganze Jahr nächstes Jahr erstmal abwarten. Genau, man muss hier einfach schauen, dass man hat jetzt natürlich auch viele makroökonomische und unternehmerischen Gegenwind, also mit denen man konfrontiert ist aktuell. Man muss einfach schauen, wie es hier weitergeht. Natürlich auch in China. Und genau, während auch Tesla die Preise senkt eben und die Lagerbestände angesichts einer möglichen globalen Rezession global ansteigen. Also die Lagerbestände an sich, was ja erstmal ein negativeres Zeichen ist. Ja, zeigt man sich so ein bisschen auch schwierig, was Elon Musk betrifft. Man muss natürlich schauen, er hat jetzt hier gesagt oder getwittert, dass er die nächsten zwei Jahre erstmal keine Anteile verkaufen möchte. Da muss man einfach schauen, wie und ob was passiert. Aber da möchte er erstmal die Füße stillhalten, zumindest hier laut den Infos. Und man muss einfach schauen, wie gesagt, wie die Nachfrage hier für die Zukunft intakt bleibt. Grundsätzlich kann man sagen, zahlenmäßig hat es natürlich mega ausgeschaut bei Tesla. Auch für die kommenden Jahre sind da die Prognosen sehr, sehr gut. Wie gesagt, man muss aber schauen, wie das Ganze hier wirklich in Zukunft weiterläuft. Ich bin mal gespannt. Bleibt für euch weiter dabei. Schreibt mir doch jetzt gerne mal unten die Kommentare, ob ihr Tesla in eurem Depot habt. Dann springen wir jetzt auf die Infos zu PayPal. Ja, und jetzt ist die Frage, Kryptokauf hier als Befreiungsschlag. PayPal will sich jetzt wohl auch den Kauf von Kryptowährungen hier anbieten. Das mal zumindest laut aktuellen Infos. Bin gespannt, ob das Ganze auch wirklich kommt. Die Frage ist auch, bringt das PayPal was? Sie sind aktuell so ein bisschen im Sog der Inflation. Werde ich auch gleich darauf eingehen, warum das PayPal auch so hart treffen kann. Wie gesagt, Kryptokauf eventuell bald möglich. Man muss sich das Ganze mal anschauen. Ja, und die Inflation und die Rezessionsängste, die drücken natürlich auch so ein bisschen auf den Aktienkurs. Man muss sich das mal anschauen. Es ist ja auch eine ein bisschen wachsendere Sorge an der Rezession. Und der Zusammenhang ist auch recht einfach erklärt. Ja, verwenden wir zum Beispiel jetzt einen größeren Teil des Einkommens für essentielle Dinge wie eben Mieten, Energie und Lebensmittel. Wo gerade aktuell sehr, sehr viel Geld drauf geht, muss man sagen. Bleibt eben deutlich weniger für klassische Online-Käufe, die man dann auch über PayPal abwickelt. Das wird ganz klar weniger verwendet. Also die Konsumausgaben nehmen ab. Und die Einnahmen durch Gebühren sinken dann eben. Und genau, das spiegelt sich natürlich dann auch irgendwo im Aktienkurs wieder. Ich denke aber, dass sich das Ganze auch wieder beruhigen wird. Das ist jetzt halt mal eine kurzfristige Phase. Man muss aber schauen, wo das Ganze hinläuft. Ja, und dann geht es auch um das Thema eben Kryptowährungen über PayPal kaufen. Ja, Kryptowährungen eben wie Bitcoin sind hier seit einigen Jahren durchaus ein stark diskutiertes Thema. Gerade für Trader und Investoren. Und momentan schaut es so aus, dass der ganz große Hype so ein bisschen gerade abflacht. Man hat im April 2021 hier noch bei rund 60.000 US-Dollar notiert. Aktuell sind es knapp nur noch 17.000 US-Dollar. Also man sieht diese starke Volatilität natürlich auch hier an den Kryptobörsen. Und ja, die breite Öffentlichkeit hat das Interesse hier an der Währung offensichtlich verloren. Also so schaut es zumindest dem Anschein nach aus. Aber Bitcoin und Co. bleiben auf jeden Fall eine Spielwiese weiter für Trader, Zocker und so weiter. Also sie werden hier nicht verschwinden. Da kommt vielleicht auch wieder eine Hype-Welle. Man weiß es ja nicht. Deswegen ist einfach da die Frage, gibt es da einen Markt für PayPal? Ich bin gespannt, ob das Ganze aufgerollt wird und wie das Ganze weitergeht. Ihr könnt mir jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, auch ob ihr PayPal oder Tesla in eurem Depot habt. Würde mich echt mal brennend interessieren. Dann schauen wir uns jetzt auch noch den Chart zusammen an. Da fangen wir mal mit Tesla an. Wir stehen aktuell bei 114,46 Euro. Haben ein absolutes Jahrestief neu ausgebildet. Also es hat sich leider immer noch kein Boden gefunden. Und der Abwärtstrend oder der Abwärtssog geht richtig weiter. Also sogar sehr rasant weiter, muss man sagen. In den letzten Tagen ging es richtig steil bergab. Auch hier heute wieder ein Minus von 2,17 Prozent. Das aktuelle Jahreshochlage bei 353 Euro. Wir sind unter 50 und unter 200-Tage-Linie. Wie gesagt, haben jetzt hier heute sogar ein neues Jahrestief. Und ich bin gespannt, wie weit es noch nach unten geht. Man muss hier, glaube ich, jetzt wirklich erstmal so in die Warteposition gehen und schauen, wo sich hier ein gewisser Boden bildet. Dann haben wir hier die Paypal-Aktie. Da schauen wir uns das Ganze an. Wir stehen bei 65,32 Euro. Haben Plus von 0,66 Prozent. Stehen hier unter der 50- und auch unter der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich. Auch hier haben wir erst ein neues Jahrestief bei 63 Euro ausgebildet. Hier kamen wir von 173 Euro her. Der Kurs hat hier, glaube ich, einen Boden gefunden, so bei 63,04 Euro. Da ist der Kurs zumindest nach oben abgebrannt. Man muss jetzt mal schauen, ob der Boden hier nachhaltig ist. Der nächstgelegene Widerstand liegt hier knapp über der 75-Euro-Marke bei der 50-Tage-Linie. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze ausschaut. Ich bleibe für euch bei beiden Aktien aber weiter dabei. Und wie gesagt, seid auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert noch die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen. Würde mich echt mega freuen an dieser Stelle. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!